Präventiv! Präventiv! Was ist mit dem Bewegungsantrag kaputt? Oder was ist mit dem Apparat? Alles hin? Oder was ist mit der Schuld? Wirklich, das ist auch gut. Wir machen ja nicht nur präventive geistige Geschichten, auch körperlich. Wie braucht ihr das? Das hilft euch! Ihr müsst auch in Zukunft beim Zahnputzen in der Früh auf meinem Bein stehen. Das hilft euch auch! Sonst haut es euch mit 80 beim Schulmantel mit auf die Wand. Also, macht mit, es hilft euch! Wenn da hinten, da hinten, oi, da hinten strickt, tut sich bitte nicht weh. Wir haben nur einen Samaritan gefunden gestellt. Und die bauen wir nicht so tief ins Urwasser. Die gehen ja nicht mehr aus. Also, können wir es schnell erspüren? Seid ihr auch? Okay. Also, wir tun jetzt und ich tue ein bisschen mit und ihr mit. Aber ihr seid der Hauptaktor jetzt. Ich muss mich aufs Singern konzentrieren. All right, Rudy! Rock'n'Roll! Ich bin jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020